ja jaja leute und hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Aufnahme warframe heute auf Lua auf der Erde zusammen mit Markus und Futur Schaut mal meine Klinge sprüht Eis Scheiße wenn man krank ist, äh alles krank geschrieben und nicht auf den Schutzgang dann Trankfutter Nein ich bin krank und darum habe ich wieder nur zu sagen was müssen wir jetzt eigentlich machen verteidigen ok was wollen wir verteidigen ach du Scheiße das hier Waffe Quelle im Anmarsch also ich nehme diese Tür ok ja wir sollten vielleicht schon watchers ok den müssen wir verteidigen hier kommen ja auch und hier kommen sie rein ich hab Tiere schon tot ne meine Tür ist safe meine noch nicht aber bei mir kommen einige rein aber jetzt ist safe fünf Stück hab ich schon sechs sechs sieben sechs sieben sieben ach 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 ne was war das neun rocket launcher wir sollten nicht auf einen Punkt stehen Jungs ne man ich hab vergessen zu reloaden und halbiert da war noch so gut die Welle haben überlebt was hast du denn du dafür sind wir mehrere kann das sein ja achso also mit so einem doppelschwert neun alter warum sind die hinter mir neun weil die Schilder laden sich wieder auf was für Schilder von dem Ding das Ding hat auch Schild und Leben jetzt gab es abgeschossen das heißt die Schilder laden sich nicht auf das ist irgendwie klar jetzt landen sich die Schilder auf weißt du so funktioniert das weil er besiegt nächster Ball ja geht das ewig oder was ich hab's noch nie gemacht ne ich denk nicht dass es ewig geht ich denk dass wir sonst so viele Welle schaffen müssen und dann kommt wahrscheinlich wieder die Frage weitermachen oder zurückziehen ja zurück zu mir wollen wir ja ein bisschen wieder ein bisschen nach der letzten Folge müssen wir ja ein bisschen was nachholen wer ihr so gefehlt habt wer ist immer zuerst gestorben nun wer verteidigt ist er ich mit der Schottgern naja du mit deinem Messer kann es nicht mehr ganz so anders tun ich bin ich bin ja nachkampf untauglich wo ist denn das zu grüßen der wohl schießt ich weiß das nicht hier oben glaube ich ja ein hab ich ein hab ich so jetzt letztes Mal unter Schilder auf aber nur größer 3.800 live 3.800 live 3.800 live das geht noch ja und 500 Schild das ist scheiße das Schild ist da das Schild ist wieder oben da unten läuft keiner also auf Distanz ist meine Waffe zwar nicht so geil aber dafür ist eben nachkampf halt overkill rechts rechts äh links das ist blöd die Angabe rechts äh links in den Kreis zu machen ist immer so ein bisschen ungenau und schon wieder Level Up das meine Wurfschwerder sind jetzt Level 17 meine Wurfschwerder sind jetzt Level 17 meine Wurfschwerder sind jetzt Level 17 von Meinke da ist noch einer irgendwo er schieße unser Ding warum ist er keiner eigentlich nun keine Ahnung irgendwo schnitzeln sie auch einer noch rum ja aber ich finde den auch nicht pfeifen abhin nächste Welle im Anmarsch und die Leben sind schon wieder voll scheinbar laden sich die Leben zwischen den Runden auch wieder auf weil eigentlich hat er ja schon Leben verloren wer unser Ding der wird sich hier reparieren halt so wollen wir sein Starsthammer also komm schon in die nächste Welle ja 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 hier ist auch vor der Worma um ja 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 ich hab schon gesehen nein nicht die andere oben hier ja ja bei mir ja in dem Kreis ist oben immer oben Abil äh warte hier gibt es Probleme ja bei mir mal die Verlappen wieder hier der Plitz ging raus und damit die Schilder sind da von dem Ding der andere auch nur wo seid ihr zwei wir haben nur hüben gerade alles platt gemacht wo ist das was ist das aber das Ding hat man jetzt nicht ich sehe hier niemand mehr aber da ich habe haben haben er hat immer noch einer das war ein One-Hit Warframe Kryptopod da können wir aber noch weiter oder einmal geht noch hier das war jetzt der langweilig Welle 5 war das kann Markus Kampf 5 Welle? wir gehen auf Welle C wir gehen auf Welle C Welle C another opportunity to extract will appear soon ok na also die 5 hier gehen schon noch so übel war das jetzt noch nicht nö alter das holen sie glaube ich jetzt werden gleich mal nach scheinlich scheitern wir jetzt das wo er hat gut ohne mich kann er ihren Foto wiederbeleben er ist er ist er ist er ist er hat er ist wohl verkehrt er hat er ist ich denke ich habe jetzt automatisch verloren Sie haben 13, 13, noch haben wir 8, 2, 1 tot und warum Leute ich möchte festhalten, Futur ist gestorben, ich möchte festhalten Futur ist gestorben, wie das letzte Mal äh Futur ist gestorben ja was soll ich machen, ich muss ja naja, wollen ich mit der Shotgun, stehe weiter hinten wie du mit der Schnellfeuerwaffe und macht dabei trotzdem mehr Schaden wie du wohlgemerkt wo hab ich mehr, ich hab null Tote, zwei Upgrade erhalten nein, du hast nen Tod nein, null Tote, weil ich wiederbelebt wurde trotzdem das ist gestorben machen wir noch eins ja aber Leute, ich würde sagen, das können wir dann auch schon in der nächsten Runde machen oh Gott bei einer weiteren Folge hier und wir sehen uns das nächste Mal, Servus und Ciao Ciao teams von ma